So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sonic Unleashed. Ich hab die letzten 40 Sekunden, die ich gerade noch aufgenommen habe, nochmal in die andere Folge gepackt, hoffentlich. Cutscene, ich bin leise. Was verbuggt er für uns? Wow. 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 Oh. Wow. 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 Okay. Okay. Ich erinnere jetzt alles. Mein... mein reales Name ist Light Gaia. Ich schreibe die Kraft aus dem Tag und Licht und guide die Planeten zu ihrer Rebirth. Mein Job war zu retten die Planeten von Dark Gaia. Aber Eggman hat sich selbst die Welt verbreitet. Und Dark Gaia und ich sind wunderschön, bevor wir sollten. Das ist warum Dark Gaia schreit, und ich wusste nicht, wer ich war. Ich wusste nicht, was ich soll, was ich machen soll. Alles, weil das nicht der Zeit der Verbrechung. Zeit der Verbrechung? Dark Gaia wird über Millionen Jahre alt, dann wird es um Verbrechung der Welt verbreitet. Und ich, das alles wiederum. Wir haben das immer und immer wieder gemacht. Wieder und wiederum, seit dem sehr Anfang des Zeit. Also, du bist ins Bett all diese Zeit, für Millionen Jahre alt? Ja, für Jahre und Jahre. Ich glaube, es ist dankbar zu dir. Hm? Even at night, wenn ich so, bin ich so, bin ich selbst. Nicht wie all die anderen Leute, die wir sehen haben. Du musst mich verbrechern, das ganze Zeit. Mhm. Ich habe nichts getan, Sonic. Du bist die Grund, warum du überhaupt nicht verändert hast. Du bist zu stark, um sich zu verlieren. Ich bin die Grund? Ja. Ja. Du wirst dich nicht immer schuldigst, egal was. Du wirst nicht in die Nacht oder die Schmerzen, in deinem Herz. Ich denke, es ist, weil ich das über dich wusste. Das ist das, was ich wollte, dass du mir helfen kannst. Es hat so Spaß gemacht. Ich bin hier, seit der Planeten begonnen. Aber ich wusste nicht etwas über es. Dass es so schön ist. Oder dass die Essen so gut sind. Oder dass die Leute so schön sind. Ich bin so glücklich, dass ich die Chance habe, zu herausfinden, das alles mit dir. Und ich bin so glücklich, dass du mir geholfen hast, meine Erinnerung. Sonic, ich werde niemals, niemals vergessen. Danke, Sonic. Tschüss. Tschüss, Freund. Hey! Woah! Was? Where do you think you're off to all by yourself? What? But, my memory is back now. And, well, from here on out, it's my responsibility. So, um, I mean, there's no reason for you to come along. So, I should just... Do I need a reason to want to help out a friend? Thanks, Sonic. Headshot. Yeah! Hey, Sonic. Wir müssen uns beim Professor melden. Los, wir gehen zurück zum Labor. Ah, das ist doch eine schöne Geschichte gewesen. Also, muss dieser kleine Chip diese ganze Welt jedes Mal heile machen, wenn dieses riesige, fette Vieh die ganze Welt zerstört. Also, seems legit. Ah, Sonic. Wie gut dich zu sehen. Danke meiner Analyse und den von Tails beschaffenen Daten ist es mir gelungen, die genaue Position von Eggman Land zu ermitteln. Bist du bereit, sofort loszugehen? Klar. Von mir aus kann's losgehen. Also ab mit dir, Sonic. Packe das Übel an der Wurzel. Cancel! Aja! P-Kocha! Geh! Aja! Ha ha ha! Willkommen zu Eggmanland, der brainchild von meinem Herz und Herz! Das ist mein Magnificent Empire, möglich durch mein Genie und die Leidenschaft von Dark Gaia. Was? Woah, das Ort ist verrückt! Ich will never understand Eggman's tastes. Aber ein guter Schuss! Oh, ho, 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 ho! Surprised? Ja, natürlich bist du! Sonic! Wenn du irgendwelche Sorgen hast, komm sie zu mir! Oh, Mann! Wenn du kannst, das ist! Das letzte Gefecht! Jetzt gibt's kein Zurück mehr! Bist du sicher, dass du bereit bist? Ich bin stark, klar! Du Fettsack! Also, Sonic! Jetzt geht's ums Ganze! Wird Zeit, dass wir dem alten Heini eine Lektion erteilen! Dieses Wort habe ich in meinem Leben schon seit 200 Jahren nicht mehr gehört! Aber okay! So, ich muss gleich mein Handy auf Ladegerät holen! Es scheint, als wäre das schon zu viel gewesen! Holy Crap! Moment! Oh mein Gott, ist die Musik geil! So, Moment, ich muss kurz mein Handy auf Ladegerät holen! Ja, warte, warte, warte! Nicht, nein! Wee-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e! Okay, ähm... Hallo! Was kommt? So! Headset auf! So, ähm, muss ich kurz röspern. So, Controller in die Hand und nochmal, boah, diese Musik ist so geil, diese Musik ist so geil. Ich will das Level von vorn beginnen, nur wegen der Musik. Ich mach das nochmal. Holy Crap, boah, amazing, amazing. Alter, 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 Junge ist Musik geil, ich hab Gänsehaut, ich hab wirklich Gänsehaut, boah, Alter. Man merkt auch schon, wie das Level von mal zu mal schwieriger wird. Boah, das war knapp. Boah, dieses, boah, diese Musik, boah. Boah, das war knapp. Gott. Oh Gott, was war, dumm. Ey, diese Musik, die ist unfassbar. Unfassbar. Nein. Boah, Gott. Nein. Ich sollte, glaub ich, nicht bei X drücken. Boah. Nein, da hätt ich hochgemusst. Dammit. So, so, und dann runter. Oh, daran kann ich mich erinnern. Das ist lustig gewesen. Die Achterbahnfahrten. So komischerweise hab ich das nicht komplett geschafft. Oh, nein. Das war natürlich auch geil. Direkt die Kameraperspektive zu wechseln, instantly. Das ist natürlich auch... Wow. Ey, das haben die sich gut ausgedacht. Ey, holy, holy crap. Ja, ich dachte, ich schaff das nicht mehr. Oh. Da müsst ihr noch. Oh, wieso haben die Musik gestoppt? Bitte. Das könnt ihr doch nicht... Na, machen. Das könnt ihr doch nicht verlangen, die Musik einfach zu stoppen. Und dann auch noch den Spielspaß zu füchern, ey. 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 Wow. Ja. Oh, da. Das war aber ein... Wow. So. Eben kurz fertig gemacht. Dann mach ich den jetzt kurz fertig. Ich will die Musik nämlich wieder haben. So. Na, das gefällt mir doch. Alter, diese Musik ist so unglaublich. Boah. Ich wünschte, ich hätte ein besseres Vokabular, um diese Musik zu beschreiben. Diese Musik ist abenteuerlich, angenehm, anregend, anziehend, aphrodisierend, atemberaubend, attraktiv, aufreizend, ausgelassen, außergewöhnlich, außerordentlich, gut, bedeutend, beeindruckend, beflügelnd, befreiend, begehrenswert, begeisternd, beglückend, berauschend, berühmt, bewundernswert, zaubernd, brillant, duftend ist diese Musik, dynamisch, sie ist edel, einzigartig, empfehlerwert, erstauntlich, erfrischend, erhellend, erbochtisch, erstauntlich, erstkassig, exklusiv, extra, anexzentanz, fantastisch, erstkassig, fein, festen, freundlich, 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 frisch, fröhlich, weil ich auf die Brücke und auch wohlklingende Musik und nur noch in der Zeit der 20 und diese Wörter sind gesponsert von 30.000.de Slash 180 Adjektiv Liste Nein! Mist! Oh Gott! Nein! 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 Ich lebe noch! Ich lebe noch! Nein! Lass es! Bitte! Keine Krieg nach mir, wenn es mehr... Boah, bitte nicht! Was tut ihr mir an? Nein! Ey, das war Glück! Ich habe auch so die Kreisstadt direkt gedrückt, aber dass das gezielt hat, war Glück! Äh... What the hell passiert? Ich habe Angst! Dieses Level ist verdammt schwer! So, der stellt so alle anderen Level einfach in den Schatten! Nein! Nein! Das war's mit dieser Folge! Ich hoffe, es hat euch gefallen! Äh... Ja... Das... Äh... Guckt in die Beschreibung! Für alle Links! Auf meinem Kanal! Für meinen Kanal! Ähm... Möglicherweise... Kommt schon das neue Let's Play! Das ich hoffentlich ausgepiept habe aus der letzten Folge! Und ja... Bis morgen, ne? Tschau Leute! Tschau Leute! ... ... ...